ja unsere erste mission hier dann wollen wir mal mal gucken was wir hier so reißen können erledigt nach er hängt da weil der ist tot und quatsch noch scheiß back wer geht es los hier habe ich den ton noch weiter bis er runter gedreht das ist nicht allzu laut der seite jetzt ist los hier Geil da. Geil. Geil. So muss das sein. Geil. Boah. Bleibt da die Dingerei. Geil. Oh, das ist doch wohl, ja. Oh, sehne uns. Geil. 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 Oh Mann. Niemand kam da runter, wo er sollte. Ich habe noch keinen aus meiner Einheit gesehen. Doch zum Glück habe ich ein paar Jungs der Belger-Kompanie getroffen. Hier sind auch ein paar aus den Kompanien, Elpel, Doc und Fox. Schönes Chores. Wir bereiten uns auf die Einnahme der Stadt. Sandmeere in Glies ungefähr fünfmal vor den Strand entfernt vor. Wir rücken durch ein eigenes Feld mit Mieren auf beiden Seiten. Vorher Captain Foody sagt, zwei Fallschirmtrupps der Deutschen seien in der Stadt. Ein harter Kampf liegt vor uns. Also, der Straßen von St. Mir in Glies verbinden den Strand mit der Hauptverkehrsstraße der Halbinsel, auf der wohl direkt in einem deutschen Gegenangriff laufen, Werden. 6. Juni, 44, 0.20 Uhr. Los jetzt, los. Oh, geil. Oh, runter, runter, runter. Ja, Wahnsinn. Eiskalt erwischt. Wie kommen denn die her? Alle vorwärts. Oh, Mann. Los jetzt los. Oh, Mann. Los jetzt los. Oh, Mann. Oh, Mann. Was jetzt los hier? Das ist schon was los hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Also, Luft? Ah, Mann, ey, komm ich doch mal rüber. Wieso, ey? Die kleine Sau, ey. Ja, Hammer. Boah, Alter, knallt mal wer ab hier. Vorwärts hier. Ich muss die Sau erwischt hier, ey. Ja, wieder in die, ey. Scheiß MG, ey. Boah, ey, krass. Boah, Alter! Boah, ist ja heftig hier irgendwie schon in der ersten Mission, ja. Harte, legen Sie die Streiksensor, warum Sie diesen scheiß Pass abladen! Na klar. Boah, Granate. Boah, Geigerfurcht, ey. Ja, du Sau. Mein, die verstecken sich alle, ey. Ist nicht mehr normal. sauber so muss das sein wo lang glaube ich sowieso ein Tier hallo wow heftig da ist schon richtig schwer aufs Soldat alter oh MG 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 fuck 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 so der ist hier noch ne boah alter was ist denn hier los wir haben wir die scheiße hoch hier einfach geil hört mir jetzt gut zu wir bleiben hier bis Verstärkung kommt aber das hier ist nur ein kleines Dorf und das Land ist voll davon es gibt also noch viel zu tun an alle die noch neu hier sind herzlich willkommen im Krieg und an alle die länger dabei sind glaubt mir ihr habt doch gar nichts gesehen wir verlegen die deutschen MG's hier und richten eine Verteidigung ein achten sie auf sich und auf ihre Kameraden dann los ja das war ganz schön heftig schon aber eher auf Schwierigkeit so da halt ist das schon sehr sehr anspruchsvoll nix im Leben ist so erheitern als ohne Ergebnis beschossen zu werden Winston Churchill die der 0500 Sandmeer entließ die Jungs an den Stränden müssten jetzt gelandet sein sie sind nur ein paar Meilen entfernt aber mir kommt das unendlich weit weg vor wir haben keine Funkgeräte und sind total abgeschnitten Captain Foody hatte recht wir sind bei der Einnahme des Dorfes letzte Nacht auf einen andere mehrere deutsche Fallschutz-Trupps geschossen heute hatten wir einen deutschen Gegenangriff zu tun unsere Verteidigung ist fast hin feindliche MG 42 Panzerfeuer ist von Panzerwehr im Dorf selber die Air Force und Levi haben heute Morgen ein nettes Feuerwerk an den Stränden abgefackelt eins ist jetzt sicher die Deutschen wissen dass wir hier sind wir müssen nur rausfinden ob die den ob sie den Schwanz einziehen und fliehen oder frontal auf uns los stürmen ähm denke mal wir speichern hier ab warte mal und sehen uns dann im nächsten Part wieder rote rein bis dann wie Vielen Dank.